Er seufzt und hebt seine saubergezupften Augenbrauen. Natürlich könnte ich das, aber darum geht es nicht. Eine Gemeinschaft ist kein Ort, sondern eine Verbindung zur Geschichte und einer Bedeutung. Er lässt sein Handgeleg kreisen. Wie ein Anker, die Ruine für die Götter zu verteidigen, hat uns einen Sinn gegeben. Ohne diese Aufgabe treiben wir Zinus umher. Kannst du das nachvollziehen? Ich weiß noch nicht. Er blickt dich beinahe mitleidig an. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Mehr wollte ich nicht wissen. Also, hilfst du mir, das Medaillot zu beschaffen? Ja, ich werde es versuchen. Du findest den salzigen Mast. Allerdings bekommst du sie nur zu Gesicht, wenn du dafür bezahlst. Also musst du mit Mea sprechen. Er fingert an seinem Ärmel. Aber bitte, was du auch tust, bitte tu hier nicht weh. Weit weg von zu Hause. Ich bin im Gasthaus von Farnheim, einem jungen Lampantamen namens Tristlin begegnet. Er und seine und eine Prostituierte namens Serial haben gemeinsam reiche Adlige ausgenommen, bis sie in den Besitz eines engvitalischen Medaillons gelangte. Nun will sie das Medaillon verkaufen, aber er will damit seinen Clan helfen. Serial hat das engvitalische Medaillon, aber sie wird sich nicht davon trennen wollen. Sie ist Prostituierte im salzigen Mast, einem Bordell in Ondras Geschenk. Tristlin schlug vor, dass ich Mea bezahle, wenn ich mit Serial sprechen möchte. So, wen haben wir hier alles noch? Also Nonton und Ingrid und der Tüchtigherzgerion. Hallo Nonton erstmal. Ich muss doch sehr... Oh, du bist es. Es freut mich, dich deiner Gute Gesundheit zu sehen. Wir hatten hier ein paar schwierige Tage, aber dann hat es uns hierher verschlagen. Und sie waren so gütig, uns beide anzuhören. Es ist einfach wunderbar. Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar wir dir sind. Die Arbeit ist hart, aber der Lohn ist gut. Ich kann mich nicht beklagen. Der Mann trägt ordentliche, aber praktische Kleidung. Seine sonngegerbte Haut und sein drahtiger Körper zeugen von einem Leben in der Wildnis. Sei gegrüßt. Was führt dich ins verkohlte Hass? Was führt dich ins verkohlte Fass? Gehört das Gast aus dir? Das ist meine Rente. Er klopft auf den Tresen. Als sie in Farnheim noch mehr Schiffe angelegt haben, war das hier ein Lagerhaus. Als an das ganze Viertel nach und nach seiner Wohngegend wurde, wurde es geschlossen. Ich habe es von irgendeinem Großonkel geerbt, nachdem er es nicht geschafft hatte, es an meine Cousins zu verfinden. Heute ist es der beliebteste Land in ganz Farnheim. Die Adligen kommen, um sich zu entspannen und die Gestandenen aus anderen Vierteln, um sich unter die Leute zu mischen. Man beugt sich etwas näher ran. Wir haben auch einige eher derbe Kunden, aber hier drin benehmen sie sich. Außerdem ist das Geld ebenso gut wie das von jedem anderen. Wer bist du? Ich war jahrzehntelang Kartograf für den Dug. Er reibt sich die stoppligen Wangen. Habe die Weißmark ein halbes Dutzend Mal durchquert und fast alle Ruinen im Tensumpf kartografiert. Er grinst, wobei ein Goldzahn aufblitzt. Eine gute Arbeit, aber für jüngere Männer. Als ich endgültig nach Toskumbuch kam, halfen Klaiver und ein paar andere Freunde bei den Rittern mir dabei, die Schankerlaubnis für ein Gasthaus zu bekommen. Bei mir gibt es starkes E, gute Unterhaltung und eine frische Meeresbrise. Er hebt einen Kug. Was kann ein Mann noch mehr wollen? Zeig mir mal deine Speisekarte. Oh, Drachenfleisch ist sauteuer. Macht aber Macht und Entschlossenheit. Drachenei. Rastvorräte, Käse, Kakao, Bier. Ah, Perlholzhuhn. Duckrinderbraten. Ixamittel, Reisfanne. Herzhafte Pastete. Auflaufeintopf. Ja, nichts was wir gerade bräuchten. Bitte trag keinen Schmutz in meine Küche. Die Gäste hier sind sehr heikel. Was hast du im Keller so versteckt? Oh. Äh, Banditen. Der Inhaber kann eine betrachtliche Vielfalt von Flaschen aus der Welt anbieten. Von Hermetti Rotwein bis hin zu dem süßlichen Sommerwein von Rao Tai. Genau dasselbe hier. Blästliche, gelbe und tiefbernsteinfarbene Whisky-Sorten aus dem Türwart und dem Land der Lebenden liegen nebeneinander. Fläsche mit des berüchtigten Sämenbrenners vom Todesfeuer-Archipier schmiegen sich an kristallklare Nassitaki und Glamfellenschnäpse. Ich plaudere nur ein wenig mit meinen Partnern. Äh, auch wenn die Thunrichstraße gleich um die Ecke liegt, stellen die Leute hier nicht wirklich viele Fragen. Für gewöhnlich ist es hier unten recht ruhig. Das gefällt dem Chef daran. Ja. Gut. Gucken wir als nächstes, was hier oben ist. Edelfrauen, Piraten Dieser Aschenbecher ist mit Farbenfrohen, Wellen und Kringeln in Stile Rao Teis bemalt. Diese Karte des Dürrwals und von ihr Glanfahrtschein älter als die Entdeckung einer Gruine im Osten zu sein. Der Kartograf hat sie unterschrieben. Ars Gerion Merviv Merviv beobachtet dich durch schwarz umrandete Augen. Sie legt deine Hand auf den Knauf ihrer Klinge. Die Edelsteine, die von ihr am Handgelenk bauen, klimpern. Wir kennen einander nicht. Belassen wir es dabei. Du scheinst nicht aus Farnheim zu stammen. Ich bin Seefahrerin. Sie lächelt dich schief an. Und? Wir feiern bestimmter Wahn. Merviv spielt an ihrem großen Ohrring herum. Und das Schöne an den Schnöseln hier. Meistens sind sie zu höflich, um mehr zu verlangen. Was würde ich ins verkohlte Flass? Was? Merviv steht da in der Augenbraue. Nach was sieht es denn aus? Guter Wein und ein wenig Frieden und Ruhe. Sie stimmt mit dem Daumen eine Kupfermünze in die Luft. Und Sgerion stellt nicht zu viele Fragen. Dann gehe ich mal besser. Diese Karte zertruten durch die Weißmark. Oh, hier liegen einfach Silberlustgen rum. Ein aus weißem Ton gefertigter Xer Mittelwasserkrug. Also war irgendeiner seiner verwandten Kartograf. Gut, nächste Haltestelle ist die Dunrützstraße mal. Dass ich mir das Formular da bestätigen lasse. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Banditenüberfall machen soll. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es einfach hier direkt bei Raymond gemeldet. Nachdem ich nach einer Schlägerei im Haus von denen hier... Wie sieht eigentlich so meine Reputation aus Trutzbucht und Goldtal? Goldtal. Also ab in Haus Hardred. Mit Lady Web werden wir wahrscheinlich erstmal nicht reden können. Dunrütter-Agent, Dunrütter-Agent. Kurum vergoldet seine Zeit mit diesen vermissten Fällen. Eine Verbindung. Ja, ich bin ganz sicher. Ja, und das sind alles nur Dunrütter-Agenten. Diese Karte-Tätigung geben von Trutzbucht. Strategische Zugangspunkte der Stadt sind mit Klagen markiert. Die Schriftrollen wurden dicht an dicht in das Regal gezwängt. Jede Schriftrolle wurde außen ein Name geschrieben. Der Orleana ist umgeben von Büchern und Schriftrollen. Seine Haare stehen fast zu Bergen und er spitz die Ohren, dass du dich näherst. Du bist vom Flüstern umgeben. Ketnua, Goldtal, wahrlich alte Stimmen. Woher weißt du das? Der Orleana grinst, deine Zähne sind spitz wie Dolche. Als Medium ist es meine Aufgabe, so etwas zu wissen. Du trägst den Geruch der Alten mit dir. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass du mich durchleuchtest. Was kannst du mir sonst noch sagen? Seine Ohren senken sich nach unten. Nicht so viel, wie ich gerne würde. Meine Pflichten, Lady Webking, überzwingen mich, meine Gaben anderweitig einzusetzen. Er blickt auf einen Tisch voller Schriftrollen. Was führt dich zum Dünnrotsstraße? Ja. Mir scheint, du könntest Hilfe gebrauchen. Corin winkt mit einem kreinbesetzten Finger ab. Ich fürchte, ich darf nicht über meine Arbeit sprechen. Nur für Dünnrotsstraßeohren. Ein Zivilist müsste das Vertrauen von Lady Web genießen, damit ich mit ihm darüber sprechen darf. Wahrscheinlich, damit ich mit ihm darüber sprechen darf, dass Ines da reingeflutscht. Woran arbeitest du? Seine kleinen, pelzigen Hände deuten auf die Papiere vor ihm. Wohlgeburten, wachsende Unruhe und die blüchen politischen Intrigen. Bei so vielen vermissten Seelen sind vermisste Menschen zur Zeit unsere geringste Sorge. Erzähl mir mehr über deine Fähigkeiten. Ich suche nach Seelenverbindungen. Nach verlorenen Dingen, verschwundenen Dingen, beunruhigenden Dingen. Besonders, wenn mächtige oder einflussreiche Menschen beteiligt sind. Ich bin ein Medium. In der Glanfahrt waren wir einst als Brischalgewinn bekannt. Verstandsjäger. Ein schöner Titel, ja. Doch erst als die Berseler vor 40 Jahren anfingen, mit unseresgleichen zu arbeiten, erkannten wir unsere wahre Macht. Also gehören wir zu den besten Detektiven der Welt. Indem wir sehen durch Leuchten, sehen wir, ob wir wo ihre Besitzer überall waren. Oder wir blicken eine Waffe an und sehen, wer sie berührt hat. Seine Nase zuckt, als sie dich anblickt. Äußerst nützlich, um Verbrechen zu lösen, wie du dir denken kannst. Ja, ihm die eidesstaatliche Versicherung zeigen. Ist diese eidesstaatliche Versicherung echt? Du hast sie unterzeichnet. Er hält die Seite. Scheint jedoch durch die Worte hindurchzustanden, als wäre er etwas in das Papier eingewehrt. Äh. Koron lässt seine spitzen Zähne aufblitzen. Ich erinnere mich an Penhelm. Ein eitler Fauf von einem Mann, sein Mund trocken und seine Hände feucht, als ich ihm sagte, er sei ein Sehnnachkomme eines ätherischen Generals. Einen des Generals, der gegen Hadrets Rebellion kämpfte. Er überfliegt die eidesstaatliche Versicherung. Eine Fälschung, und zwar nicht die erste, die ich gesehen habe, gibt sie dir zurück. Aber ich habe keine Zeit für die Ritter und ihre Besessenheit. Bring das seinem Kommandanten Klaiver und zeig ihm das Siegel. Er deutet auf das Wachssiegel neben seiner gefäßlichen Unterschrift. Wenn er es mit einem anderen vergleicht, würde er den Unterschied sehen. Ja, ich kann mich noch im Erdgeschoss umsehen, aber ich glaube, hoch brauche ich erstmal nicht gehen. Entweder sind die Nozizen in meinem Geheimcode gehalten, aber der Autor hatte eine wahre Sauklaue von Handschrift. Eine Reihe von Nozizen spekuliert über die Entität und den Aufenthaltsort einer Geheimsekte in Trutzbucht. Ja, der Blei und den Schlüssel. An der Wand sind Hinweise zu einem Fall angebracht, bei dem anscheinend eine Karwan auf dem Weg nach Neu-Heoma verschwunden ist. Wenn sie auf dem Weg von Neu-Heoma war, dann war das wahrscheinlich unsere Karawane. Manche dieser Jahrgänge sind sogar älter als Trutzbucht selbst. Ja. Gehen wir doch mal hoch kurz. Bevor wir dann ins Sanatorium gehen. Dünnrot-Agenten. Oder Donröte. Ich sage immer Dünnrot, weil alles hier irgendwie mit Y. Also Dürrwald, Dürfurt. Und ja, jede Menge Donröte-Agenten. Auf diesem Brett wurden Bilder mit allerlei Angelegenheiten des Folges zusammen mit Notizen in einer unterleserischen Kurzschrift geheftet. Passende Schlüssel benötigt zum Öffnen. Hier sind auch nur Agenten. Die Notizen wurden in einer kurzen Kurzschrift geknitzelt und hier ist auch nichts drin. Und wie gesagt, klauen werden wir nicht als Paladin. Das heißt Abinstallatorium. Das heißt Abinstallatorium. Und hier ist Abinstallatorium. Und hier ist der Ausbau.